Die Hälfte der diesjährigen CeBIT ist bereits vorbei. Bis zum 20. März haben Sie noch die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von der Messe zu machen. Wir haben gehört, Peter Maffay ist heute zu Gast und da gehen wir jetzt hin. Es geht um die Vermittlung von Werten. Freundschaft, Zuverlässigkeit, respektvoller Umgang miteinander und ähnliches. Da ist der Begriff Sicherheit mit eingebettet und zwar ganz oben. Sicherheit für Kinder ist eine tägliche Qualität, die wir uns für Kinder wünschen. Unsere Arbeit ist ja nicht nur Musik, sondern auch in Verbindung mit der Stiftung eben alles, was sie im Zusammenhang mit der Perspektive von Kindern hängt. Auf der CeBIT mit Lino ist ganz großes Kino. Ein ereignisreicher Tag neigt sich dem Ende. Heute Abend findet noch die Live-Übertragung von Edward Snowden statt, also seien Sie gespannt auf morgen. Tschüss!